heute machen wir mal ein live test von diesen protein bars wir fangen mal mit white chocolate konsistenz auf jeden fall sehr gut geschmacklich auch das sind so krispys drin geht es noch mal geiler machen auf jeden fall also der auf jeden fall empfehlenswert für alle die die diese problem regeln nicht kennen das sind die von quantum lieb fitness von dem lieben sead auf jeden fall abchecken leute jetzt kommen wir zu numero 2 leute auf jeden fall krassen brownie geschmack also richtig schokolade ich liebe das und für für die größe des regels da wollte ich auch noch was sagen ist auf jeden fall groß ist auf jeden fall schon 70 gramm und 259 kalorien mit 20 gramm eiweiß auf jeden fall machbar und wie gesagt schmacklich top größe auch auf jeden fall weil es sättigt auf jeden fall ja leute probiert es auf jeden fall aus und nicht zu vergessen sind noch kollagenfrei und ohne palmöl leute